Das weiße Bauernhaus hier in Bayern hat neun Fenster mit Fensterläden. Die Scheune ist an das Haus angeschlossen. Zehn Wollbündel hängen auf einem deutschen Markt. Die Wolle links ist grün und die daneben ist gelb. Neben der gelben Wolle sind drei Wollbündel in verschiedenen braunen Schattierungen, und drei weitere in roten Schattierungen. Die zwei Wollbündel rechts sind dunkelblau und hellblau. Ungefähr zehn Clowns in farbigen Kostümen feiern Karneval in einer kleinen deutschen Stadt. Ein Clown trägt eine Trommel mit weißen, gelben, goldenen und roten Luftballons. Wie viele alte Postkarten sehen Sie auf diesem Foto? Diese zehn antiken Postkarten wurden in Wien fotografiert. Elf Fenster dieses roten Gebäudes in Dinkelsbühl haben grüne Fensterläden. Wie viele Fenster aller Art kann man auf diesem Foto sehen? Es gibt mehr als 30 Fenster. Einige sind mit Gitter und andere sind mit Fensterläden versehen. Es gibt zehn hellbraune Brotscheiben und zwei dunkelbraune Brotscheiben auf diesem Teller. Dort hängen zwölf Handtücher in unterschiedlichen Farben auf einer Wäscheleine. Ungefähr 13 Schüler und zwei Lehrer machen an einem See einen Spaziergang. 14 Bohnenstangen stehen in diesem Schweizer Garten. 14 farbige Plakate schmücken eine Wand in Wien. Drei sind gelb, drei sind grün und die anderen sind hellrot, orange und rosa. Drei Menschen sitzen auf einer Bank vor den Plakaten. 15 Marzipanteilchen sind in diesem Schaufenster. Die vier in Plastiktüten sehen wie Katzen aus. Vier andere haben die Gestalt von Pilzen mit rosaroten Hüten. Drei sind Hufe mit schwarzen Punkten. Es gibt auch vier rosa Schweinchen mit schwarzen Augen und weißen Ohren. 16 Schachfiguren stehen in zwei Reihen. Sie sind aus Holz geschnitzt. Dieses Schild sagt, dass es 17 Kilometer von hier zu einer deutschen Stadt ist, die Kitzingen heißt. Das Dorf Marktbreit ist nur sieben Kilometer von hier. 17 Deutsche in rosa und purpurnen Kostümen nehmen an einem Karnevalsumzug teil. Ein anderer fährt ein Dreirad, das in der Mitte der Gruppe versteckt ist. Die Gruppe besteht aus 18 Leuten. 18 bayerische Musiker in blauen Westen spielen ihre Instrumente in dieser Kapelle. Mit ihrem Dirigenten sind sie 19 Kapellenmitglieder. 20 Gelb-Orange und Gelbe Marzipanfrüchte sind auf diesem silbernen Tablett. 24 Süßigkeiten schmücken diesen Weihnachtskranz. Jede Überraschung ist nummeriert. Dieses Gebäude mit 30 Stockwerken erhebt sich gegen den blauen Himmel in Bonn, Deutschland. Mehr als 40 grüne und rote Trauben schmücken diesen Käse im Biss, der bei einem deutschen Fest verkauft wird. 50 oder mehr Würste rosten auf diesem Grill auf einem deutschen Markt. Es gibt mehr als 60 Fenster in dieser deutschen Brauerei. Wie viele Schafe grasen neben diesem Fluss in Deutschland? Dort scheinen mehr als 70 oder 80 zu sein. Vielleicht gibt es 100 oder noch mehr. Es gibt mehr als 100 Rosen auf diesem Foto. Vielleicht gibt es sogar 200 Rosen. Ungefähr 2000 Pferde und mehr als 4000 Menschen nehmen an dieser religiösen Prozession in Weingarten, Deutschland teil. Mehrere Millionen Menschen leben in so großen Städten wie Wien, Österreich und München, Deutschland. Heutzutage gibt es mehr als 4 Milliarden Menschen auf der Welt. Von ihnen haben ungefähr 100 Millionen Deutsch als ihre Muttersprache. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.